In diesem Video schauen wir uns mal das neue Flatrate Broker Angebot von Scalable Capital an. Viel Spaß dabei! Ja, damit ganz herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs. Erst in finanzielle Bildung investieren und dann in Aktien. Und es gibt mal wieder eine kleine Neuheit, eine kleine Revolution auf dem Broker Markt, wo sich ja ohnehin schon extrem viel getan hat in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren. Und Scalable Capital ist ja eher bekannt als Robo Advisor, hat jetzt auch ein Broker Angebot. Und das Besondere ist, es gibt auch ein ähnliches Modell wie bei Trade Republic, das man eben hier für ein Euro pro Trade im Prinzip handeln kann. Und einen kostenlosen Sparplan dabei hat, der Free Broker. Aber es gibt auch den sogenannten Prime Broker, wo man jährlich vorausbezahlt und zwar 2,99 Euro pro Monat, also irgendwie knapp 36 Euro im Jahr. Und man bezahlt also dann tatsächlich für 2,99 Euro im Monat und hat dann unbegrenzt Handelskapazität und kann im Prinzip unbegrenzt handeln. Das Besondere ist eben, jetzt schauen wir mal in die Details rein, naja, wo sind die Einschränkungen? Also ihr könnt halt so viele Aktien kaufen, wie ihr wollt, allerdings erst ab einem Ordervolumen von 500 Euro. Ja, darunter kostet es glaube ich irgendwie, weiß ich gar nicht, 4 Euro pro Trade oder das funktioniert gar nicht. Bei den Sparplänen ist es eben auch so, dass die uneingeschränkt kosten müssen. Und das ist wirklich interessant, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Geht ab 50 Euro bei den Sparplänen. Genau, das sind eigentlich die wesentlichen Themen. Was ist jetzt das Besondere oder warum könnte es für gewisse Leute interessant sein, denn zu sagen, ich zahle diese 3 Euro im Monat und bin damit aber im Prinzip fertig und habe dann für meine eigentlichen Trades eigentlich keine Kosten mehr. Ja, weil tatsächlich wir bei Scalable Capital Zugriff auf 1300 kostenlose Sparpläne haben. Und das ist schon etwas Besonderes aus meiner Sicht. Und man kann sich jetzt hier nochmal in die Suche begeben. Und zwar läuft das alles über die Börse, über die digitale Börse München. Das ist hier die Gettex. Und man kann sich dann hier in dem ETF-Finder auch entsprechend anschauen, von welchen Anbietern es ETFs gibt. Und da ist eigentlich wirklich alles dabei. Und das ist aus meiner Sicht ein Alleinstellungsmerkmal, was aktuell nur Scalable Broker mit dieser Flatrate anbietet, dass man wirklich für 1300 ETFs langfristig diese Sparpläne kostenlos besparen kann. Denn gehen wir mal im Vergleich dazu auf das Thema Smart Broker, was ja sicherlich so ein bisschen einer der größten Rivalen ist in dem Bereich, wo man eben hier auch ab 0 Euro handeln kann. Aber wenn ich hier mal in den Bereich der ETF-Sparpläne reingehe, dann sehe ich halt, ja, es gibt gebührenfreie ETF-Sparpläne. Das sind 270, also deutlich weniger. Aber das Problem ist eben hier wieder die zeitliche Begrenzung. Das heißt, ich habe eigentlich bei allen anderen Brokern immer dieses Thema, dass diese Aktions-Sparpläne zeitlich begrenzt sind. Das heißt, wenn ich im Prinzip massiv Wert darauf lege, dass mich die Ausführung des Sparplans nichts kostet, dann muss ich tendenziell immer wieder schauen, ja, ist der denn jetzt noch kostenlos? Sind das jetzt noch die Aktionsanbieter? Bei Trade Republic sind die Sparpläne ja auch kostenlos. Hier bin ich allerdings ein bisschen eingeschränkt, weil ich eben nur zumindest aktuell über Produkte von iShares gehen kann. Das schränkt natürlich auch ein bisschen ein. Von daher kann man natürlich, wenn man eben entsprechend sagt, ich bin ein ETF-Typ und ich will ETF-Sparpläne machen und ich will im Prinzip in dieser ganzen Rumsucherei und mit diesen ganzen Aktionen nichts mehr zu tun haben, dann kann das aus meiner Sicht eine sinnvolle Geschichte sein. Und ich zeige euch nochmal eine kleine Tabelle und ich hatte ja vor ein paar Videos auch schon mal mal so ein kleines Video zum Thema 5 smarte ETF-Ideen gemacht und hatte euch ja hier auch mal 5 ETFs vorgestellt. Das war einmal der Nasdaq, dann hier der MSCI World Consumer Staples, dann hier ein Healthcare-ITF, ein Wasser-ITF und ein Video-Gaming und E-Sports-ITF. Da seht ihr schon, da hatte ich damals eben noch gesagt, ja, die kann man auch alle irgendwo für 0 Euro besparen, aber man muss tendenziell schon relativ weit suchen und auch wieder bei verschiedenen Brokern eben ein Depot eröffnen, damit es wirklich komplett kostenlos ist. Alle diese ETFs, das habe ich geprüft, könnt ihr zum Beispiel eben auch über Getex, über diesen Sparplan hier dann kostenlos erstellen, über einen Scalable Broker. Das wäre also mal ein praktisches Anwendungsbeispiel. Ansonsten Aktien 4000, ja, das sind natürlich auch alle großen, großen Aktien. Was ist so ein bisschen die Einschränkung? Naja, es läuft im Prinzip alles über Getex. Das heißt, man ist hier ein bisschen eingeschränkt beim Börsenplatz. Tendenziell kann es natürlich sein, dass man hier nicht die idealen Spreads bekommt. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht ein bisschen flexibler sein bei Einzelaktien, dann kann man eben eventuell auch überlegen, ob man entsprechend hier zu Smart Broker geht, weil man eben hier auch entsprechend an diversen Plätzen handeln kann. Ich glaube, bei Getex ist es hier auch entsprechend für 0 Euro, genau, für 0 Euro Aktienfonds und ITS über Getex und für 1 Euro bei Lang und Schwarz ist es dann auch wieder so ein bisschen die ähnliche Logik wie bei diesem Free-Angebot hier, bei diesem Free-Broker von Scalable bzw. Trade Republic. Also ihr seht schon, in Summe tut sich da nicht ganz so viel, aber für gewisse Leute, wie gesagt, wenn die einfach sagen, die haben vielleicht keine Lust, immer hin und her zu switchen, dann könnte das eine ganz spannende Geschichte sein. Genau, da kann man im Prinzip einfach mal überlegen, ob das vielleicht auch für den einen oder anderen sinnvoll ist und ja, wenn euch das Video gefallen hat, euch einen Mehrwert geboten hat, gerne einen Daumen nach oben geben und ansonsten sage ich einfach mal, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao.